Herzlich Willkommen zu einem neuen The Walking Dead Part. Ich weiß, ich bin ein mieses Arschloch. Ich habe ja mitten in der Aufnahme gerade, na, was heißt, gerade in Marshalls Haus, wo es spannend wurde, abgebrochen. Und jetzt geht's weiter. Ich bin so aufgeregt. Ach, wir sind voller Blut. Okay, wir müssen, hm, eigentlich jede Tür durchsuchen, aber es geht nicht. Dann lauschen wir halt. Was war das? Ich höre Schritte. Ach, das sind meine eigenen. Ach, Mann. Ich habe was gehört, aber ich kann nur reingehen. Okay, die beiden sind verschlossen. Also lasse ich davon erstmal die Finger. Aber hier lag doch ein Zettel gerade. Da, ne. Der hat nichts zu sagen. Eine Teetasse. Oder Kaffeetasse? Äh, Kaffeetasse soll ich sagen. Kaffeekanne? Kofke? Kepke. Okay. Schauen wir uns das mal an. Uah! I got us adjoining rooms. Oh. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Put your things down. Let me out. Who's out there? Quiet, please, sweetie. You're things. There. This is all I've got. Okay. You travel light. I don't believe you. Ja, verdammt, warum nicht? Das ist alles. Geh' nach vorne und suche mich. Nein, ich bin nicht bemerkend. Just sit down. Ja, er hat mir geglaubt. Nein, ich bin nicht bemerkend. Ich weiß nichts über dich. Du wirst nicht. Menschen wie du nicht. Jetzt, du denkst, wer würde es aus mir geben? Huh? Ein paar Wochen zurück, Oh nein! Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? Don't you start on who took what from who. I didn't take her from you. I rescued her from you. Don't you get that? Have you ever hurt somebody you care about? Yes, of course. Who? My wife. Clementine said she wasn't with you. I hurt her a long time ago. How? In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. A reasonable thing to want. So we fought. And it made my biggest fear come true. Got sick one day on my way to class. Canceled it and went home. Found her there with someone else. Killed him. I was mad at her for so long and I can't imagine how much pain she felt. How about you? I hurt her. I hurt her. So bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said. You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her. I hurt her. So bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back Lee but not after that. I'm sorry. The hungrier we got the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them. A day later. In the road. Do I look like a monster to you? We all do. Some more than others. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. I did what I had to. You lied to her about who you really are. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold. How could you know all this? How could you know all this? How could you know all this? Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself. Because that's what will happen if she goes with you. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were. I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did. And the danger she was in. Our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. No. Shut up. It makes sense. It's not happening. Let us go. No. No, I don't think so. You're going away. And we're starting a new family. Hey, honey. I think this is all gonna work out. You... I'm glad too. I wish you wouldn't have had to get this bad, but... It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzy, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. No. Oh! Oh, what? Uh... Ich dachte, dieser eine Klick reicht, aber hat's anscheinend nicht. Das kriegen wir nochmal hin. I think this is all gonna work out. What are you... Er hat da einen Kopf drin, Kinder. Bah! Und wir sollen krank und ein Monster sein? Das Monster ist er. I wish you wouldn't have had to get this bad, but... It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzy, but she's sweet. Okay. Jetzt geht's los. Oh, fuck. Oh, guck, 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 guck. Wir sind der ultimative Einarmige. Ja, wir erwürgen ihn mit einer Hand. Komm schon! Komm schon! Los! Das ist Power-Clicken! Nein, 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 nein! Wir nehmen schnell die Waffe. Wir nehmen schnell die Waffe. Wir nehmen schnell die Waffe. Er hätte zurückgekommen können. We'll talk... Ja, das ist das, weig. Sieht gut, schluck. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Es ist okay. Es ist okay. Ihr arm ist weg. Ich hatte ein Verrückter, wir sprechen über ihn irgendwo safe. Du schaust nicht gut. Ja, ich weiß. Er hat dich schlucht? Nein, nicht wirklich. Ich bin sorry, Lee. Clem, es ist okay. Wir müssen dich irgendwo safe bringen. Und dann müssen wir sprechen, okay? Ja. Alles ist okay, jetzt. Wir müssen uns herausfinden, wie wir aus der Savanne rauskommen, so schnell wie wir können. Ich bin sorry, dass du das gesehen hast. Er wird dich töten. Und dich zu töten. Ja. Aber wir haben es geschafft, Kinder. Ich wollte Clementine nicht weggehen lassen. Nicht diesem Typen. Können wir dann noch in den Raum gehen? Nein. Zettel auch nicht. Funkgerät auch nicht. Naja, da war er drin. Ich will trotzdem da rein. 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 Ja. Durch da rein. Das weiß ich doch. Gosh. Ja gut, das Zimmer konnte ich nicht sehen. Ich hatte ja nachgeguckt, aber... Tja. Aber wer hätte das gedacht? Oh, shit. Oh, fuck. Nein! Es... Es hat dich nicht... Ja, ich weiß es. Du hast... Du bist in all diese grossen Sachen. Ich musste ein paar davon, um hier zu kommen. Das ist so, dass wir aus Savannah rauskommen. Oh nein... Als lebende Menschen erkannt. Ach komm, das ist wie... Malen, Clementine. Das wird dir gefallen. Das arme Kind. Kriegt jetzt einen schönen Schal aus dem Darm. Ah! Was muss, das muss, Clem? Komm schön, über den Hals. Was stellt sie sich denn so ein? Jetzt schön den Rücken eincremen. Das ist fast wie Sonnenmilch. Komm, wir reden mal kurz mit ihr. Wir müssen sie so schnell wie wir können. Nicht so schnell genug. Wunderbar... 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 Da... Das sollte es tun. Ich hoffe es. Und du hast etwas vermisst? Ich dachte, es war weg. Ich dachte, du war weg. Danke. Bleib gleich neben mir. Wir gehen sehr langsam. Schau nicht um. Und keine Panik. Ich werde dich sicher halten. Und Clem will das nicht mitnehmen. Ja, besser ist es. Oh, fuck. Okay, Kinder. Bevor es an dieser Stelle weitergeht. Jep. Der Part ist wieder vorbei. Denn ich glaube, es neigt sich alles langsam zu Ende. Und ich glaube, der nächste Part wird der letzte. Genau weiß ich es nicht. Aber es könnte sein. Wir sehen uns dann. Bis denn. Tschau. Dich. Dich.